Das wäre doch eine Geschichte. Endlich wieder schmerzfrei durchs Leben. Aber jetzt pass auf, vier Dinge, bleib dran und dann funktioniert es. Kannst deine Operation absagen, Medikamente absetzen. Pass auf. Nummer eins, du musst wissen, wie dein Schmerz funktioniert und wo er passiert und wie du ihn positiv beeinflussen kannst. Nummer zwei, du musst unbedingt wissen, warum Dehnen so wichtig ist, warum und was du am effektivsten dehnst und wie du das in deinen Alltag elegant integrierst. Nummer drei, du musst wissen, warum Kraft so wichtig ist und was musst du trainieren und wie kannst du das elegant in deinen Alltag integrieren. Und Nummer vier, du musst wissen, was Essen mit deinem Schmerz macht. Und welche Nahrungsmittel sinnvollerweise und elegant in deinen Alltag integriert sein sollten, damit dein Schmerz verschwindet. Diese vier Dinge und du führst wieder das Leben, das du verdienst zu leben. Schmerzfrei, selbstbestimmt und genauso, wie du das haben willst. Ziemlich. Ziemlich.